Hallöchen und herzlich Willkommen. Ich bin Edda aus dem Marketing Team von KONDA CH. Unsere neueste Kampagne ist KX Reload und wir haben uns gedacht, als leidenschaftlicher Sportler könnte man das dann auch mal testen. Ich heiße Alona und ich bin auf dem Weg zum Training. KX wird nach dem Sport aufgelöst und eingenommen. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Das schmeckt echt gut. Also es schmeckt sehr erfrischend, muss ich sagen, sehr zitronig. Es ist der nächste Tag und jetzt kommt das Fazit. Überraschenderweise fühle ich mich gar nicht müde und ich habe kaum Muskelkater. Ich spüre nichts, also ich spüre wirklich keine Schmerzen, kein Muskelkater. Ich fühle mich fit. Überzeuge dich auch und investiere direkt unter KONDA CH. KONDA SLASH KALX.